Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play StarCraft mit Mike Gamer. Wir haben hier jetzt die Terraner Kampagne, Episode 5. Gucken wir da mal rein, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, was da ablief. Terraner Kampagne, die eiserne Faust. Ich lese es jetzt nicht vor, weil ich weiß, dass ich es sowieso nicht schnell genug lesen könnte. Der erste Schlag, das VOD-Schlachtschiff, Alexander im hohen Orbit um den Planeten Praxis und keine Ahnung. Ich lese den Zusätzenversorgung. Admiral Dugall hat via Transmat eine Bekanntmachung an die gesamte Flotte geschickt. Ich werde sie jetzt zu Ihnen durchstellen. Achtung! Verteidiger des Vereinigten Erddirektorats, hier spricht Admiral Dugall. Sie alle haben ihre Instruktionen erhalten, bevor Sie die Erde verließen. Daher wissen Sie, dass wir in diesen Sektor gekommen sind, um ihn im Namen der Menschheit zu erobern. Sollte jemand unter Ihnen Zweifel betreffend der zugewiesenen Aufgaben haben, so sollte er sich eines stets vor Augen halten. Wenn wir unsere Mission nicht erfolgreich abschließen, wird keiner von uns je wieder nach Hause zurückkehren. Wir siegen oder verlieren alle gemeinsam in dieser gottverlassenen Öde. Dient dem Direktorat. Dient der Menschheit. Alles andere muss hinter dem Sieg zurückstehen. Dugall. Ende. Transmat abgeschlossen. Gerade kommt eine Übertragung herein. Guten Morgen, Käpt'n. Ich bin Vice Admiral Stuckhoff, taktischer Berater von Admiral Dugall. Wie ich sehe, haben Sie seine Bekanntmachung bereits gehört. Ich bin sicher, sie enthielt nichts, was Sie nicht auch vorher schon wussten. Wenn Sie den Admiral erst einmal besser kennen, werden Sie ihn bestimmt sehr menschlich finden. Wie dem auch sei, Käpt'n. Ich habe Befehle für Sie. Da wir mit unserer Invasion der Liga beginnen wollen, brauchen wir Zugang zu Ihrem primären Datennetz und zur Waffendiagnostik. Zu diesem Zweck sollen Sie den Außenplaneten Praxis angreifen und die Kontrolle über seine Hauptstadt Borales übernehmen. Sie werden Ihre Truppen innerhalb von zwei Standardstunden in Marsch setzen. Der Admiral erwartet perfekte Ergebnisse, Käpt'n. Stuckhoff. Ende. Ja. Ja. Okay. Dann wollen wir mal loslegen. Wir haben WBFs. Wir bauen mehr WBFs. Oh shit. Dieser Landeplatz hat kein Gas. Suchen wir lieber nach einem anderen Geys hier. Ja. Da ich die Mission schon gespielt hatte... Sprich, Schweinmenschens Wort. Da ich die Mission schon abgeschlossen hatte, weiß ich, dass hier oben ungefähr, da so in dem Dreh, ist irgendwo noch eine Dingsbums mit einem weiteren Geys hier und... äh, beziehungsweise weitere Dingsbums mit einem Geys hier so rum. Jetzt muss ich aber aufpassen. Ich brauche vor allem Marines und ich brauche Mineralien und so weiter. Ich werde jetzt einfach mal munter losstürmen, weil ich nicht mehr genau weiß, was da oben ist. Ist da überhaupt was? Ja. Jetzt geht's, Hund. Los geht's. Da sind Gegner. Das heißt, auch wenn ich die nicht aufsiegen kann, ich werde sie erstmal hier hinstellen, die Panzer. Denn auch im nicht aufgesiegenen Modus können sie mir Rückendeckung geben. So, du, ich lese dich dann gleich da vorne hin. Fühlst du da wohl hoch. Danke. So, hier jetzt kaputt machen. Kaputt machen, da dürfte nichts mehr sein, oder? Das wird da unten jetzt, ja klar. Das wird da unten jetzt, ja klar. Ich müsste meinen Bunker bauen. Und du sollst hier abbauen. So, dann kommst du mal mit da hoch. Du machst den kaputt. Alles fertig. Commander. Befehle, Käpt'n? Gut. Ihr geht in den Bunker. Du solltest hier, habe ich den nicht aufgetragen, zu bauen. Jetzt baust du jedenfalls. Aber hier haben wir auch kein Gas. Das heißt, ich muss erstmal mit Massmarines arbeiten. So, zweite Kaserne. Ja komm, baut mehr Mineralien ab, schneller. Währenddessen schon mal hier... WBFs hinschicken, wollte ich gerade sagen. Dann muss ich auch mal gucken, dass ich da oben ein bisschen Defense hinkriege. Wenn da dann was angegriffen, oder was angreift. Ah, Depots. Was wollt ihr denn nicht noch alles? Mineralien, Depots. Kann ich mir doch auch nicht alles aus dem Ärmel schütteln. Gut, ähm... Jo, hier kann ich noch nicht viel machen. Hier baue ich jetzt einen Bunker. Vielleicht ein bisschen dicht, aber egal. Ja, dann baut halt mehr Mineralien ab. Du auch. Dann kannst auch vielleicht du hier deine Dingsbums bauen. Du auch. Du auch. Den kann ich sowieso nicht reparieren, ohne Gas. Das ist doof. Zack. Ein WBF bauen wir hier noch. Ein WBF bauen wir da noch. So. Du gehst gleich dahin. Dann da in den Bunker hin. Du. Da hin. Du sollst auch weiter abbauen. Hier war auch noch einer. Du sollst abbauen. Da rein. Scheiße, das Ding. Das ist los. Ach, brennt noch nicht. So akut. Aber ich sollte da trotzdem was zum Reparieren bereithalten. Da soll noch ein Vierter rein. Dann bleibst du mal da. So, hier jetzt weiterbauen. Da vier reinschicken. Dann noch einen Bunker bauen. Da oben hin. Ja gut, da kommen sie noch vorbei. Wenn der da mal vorbeikommen würde. Los, los, los. Wahnsinn. So. Du, da hin. Und dann haben wir doch auch erstmal ein bisschen was. Dann brauche ich noch ein Depot. Ja, Mineralien. Dann raten wir die ab. Dann habe ich hier auch genug Mineralien. Du sollst abbauen. Kommt ihr mal mit. Gruppe 1. So, das Depot ist schon fertig. Dann gleich das nächste bauen. Und einfach, weil wir es können, bauen wir hier da noch eins hin. Ich glaube, dass wenn ich den so da hinschicke. Ich glaube nicht. Na, gucken wir da mal. So, die Gruppe 1 zieht das mal los. Ich weiß hier im Groben und Ganzen, was da kommt, aber... Das ist halt das größte Problem mit den Feuerbets oder Feuerfressern, wie sie auf deutsch heißen. Wenn ich auch nur Medics hätte. Wenn ich auch nur Medics hätte. Ja, jetzt... Da ist meine Truppe fast kaputt. Hier ist noch ein Feuerbett. Der kann mich mal. Aber kreuzweise. So, hier ist auch flassig nachbauen. Da ist niemand drin. Dann muss ich hier nochmal drei abziehen. Da rein. Du sollst da abbauen. Hier ist ganz leicht kaputt. Ich könnte hier mal einen Maschinen-Dock bauen. Du kommst hier nicht mehr raus. Doch, du kommst hier raus. Dann kannst du mir da oben nochmal... ...Depot bauen. Ihr seid hier, ist Gruppe 1. Ah, das Maschinen-Dock, das war sinnfrei. Denn für die Upgrades brauche ich ja auch erstmal mein Gas. Ist alles ein bisschen doof. So, der hat hier seine Truppen neu formiert. Beziehungsweise sogar aufgestockt. Na, unschön. Warte mal, vielleicht wäre es auch schlauer, das einfach erstmal in Ruhe zu lassen. Denn ich weiß ja, dass hier oben noch eine Basis ist, die nur darauf wartet, sich mit mir zu verbinden. Kapitän, ich bin Lieutenant Samir Duran von den Streitkräften des Konföderierten Widerstands. Ich habe Ihren Angriff auf die Liga beobachtet und möchte Ihnen im Gegenzug für eine Amnestie, meine Dienste und Fähigkeiten. Interessant. Lieutenant, Sie haben nicht die geringste Ahnung, wer wir sind oder warum wir hergekommen sind. Warum wollen Sie sich auf unsere Seite schlagen? Weil meine Männer und ich geschworen haben, gegen die Liga und ihren Imperator zu kämpfen. Und als ich gesehen habe, wie Sie es dieser Liga-Basis gezeigt haben, da habe ich mir gedacht, wir stehen auf derselben Seite. Aha. Und wie glauben Sie, uns behilflich sein zu können, Lieutenant? Naja, ich verfüge über äußerst gute Kenntnisse der Umgebung hier. Ich kann Ihnen eine andere Route zeigen, die zur hinteren Seite des Hauptstützpunkts der Liga führt. Ich kann Ihnen sogar dabei helfen, einige der Verteidigungssysteme dieser Basis zu umgeben. Nun gut, Lieutenant. Betrachten Sie sich und Ihre Männer als erste Koloniestreifkälfte des Vereinigten Erddirektorats. Kempten, sorgt Sie dafür, dass der Lieutenant unsere volle Unterstützung erhält. Wir werden sehen, ob er rennen-verwehrlich ist. Das ist toll. Dann werde ich erst mal anfangen, hier den zu bauen. Dann kann ich ihn nicht mit Panzern vorrücken. Währenddessen werdet ihr hier erst mal alle brav abbauen. Hier neue bauen. Dann. Da komme ich wahrscheinlich nicht mehr hin. Doch, da komme ich hin. So, alles fertig. Ist das der hier? Rein da. Du auch. So, dann werden hier aber trotzdem erst mal noch fleißig Marines gepumpt. Was kannst denn du? Du kannst dich teilen. Bist du ein Geist? Scheinbar. Bringt mir aber wahrscheinlich auch nicht viel, da da überall wohl Raketentürme stehen werden. Hier nicht. Da ein paar. Naja. Rücken wir mit Panzern vor und gut ist. Ihr sammelt euch da. Bauen. Nicht genug Bespinas. Habe ich hier auch eine? Nein. Dann kann ich erst mal gucken, dass ich hier auch die beiden erforsche. Erst mal nachbauen. Wir haben ja gerade Zeit. So, kommst du da. Jetzt kommst du da aber nicht mehr hin. Dann mal gucken, dass ich hier irgendwie noch ein paar... Ach, hier habe ich noch die. Die sollen da auch abbauen. Versorgungsdepots in Massen. Zack. Ja, dann geht er aus dem Weg. Na, dann halt nicht. Ups. Ungünstig. Erst mal zwei Meter zurück. Gut, dass die da stehen bleiben. Gut, dass ich das gesehen habe. Dann muss ich erst mal gucken, das bauen. Den bauen. Ab die Post. Na, mach hin. So. Und dann wird das doch langsam. Hier ist nochmal massig. Die Dinger nachpumpen. Jetzt kommen sie. Ich glaube, ich habe ein Panzer verloren. Der ist voll. Der ist leicht angeschlagen, so. Und jetzt kann ich mich auch aufsüchen. So, ich gehe wieder zurück. Nachpumpen. Nachpumpen. Der ist noch ein Upgrade. Und dann mal gucken. Ja, ist hier gut. Jetzt habe ich genug. Ziel identifizieren. Da wird auch flassig abgebaut. Ihr könnt euch auch schon mal aufsiechen. Ziel identifizieren. Ich würde trotzdem gerne Medics bauen. So, ähm, bauen. Dann mal gucken. Waffenlager. Ja, ich aber treibe es gerne mit der Armeestärke. So, ihr auch noch. Bauen. Ein paar. Ja, hier so. Ein paar Depots. Damit ich meine Armee gleich noch vergrößern kann. Ihr baut hier auch nochmal Marines. Hab viel zu viele Mineralien. Marines. Marines. Upgrade fertig. Dann macht er das. Du machst den. Aber da das Upgrade schon fertig ist, kann ich ja auch mal mit denen hier vorziehen. So. Worauf soll ich balance? Commander? Kannst kaum noch erwarten. Wahnsinn. Kannst kaum noch erwarten. So. Zack. Kaputt machen. Danke. Kaputt machen. Kaputt machen. Kaputt machen. Danke. Danke. So. Hier Metzeln. Und Schnetzeln. Und so. Und hier Metzeln und Schnetzeln. Danke. So. Ja, komm. Ach, scheiße. Ja, toll. Jetzt hab ich mich hier vom Game ablenken lassen. Egal. Hier waren wir sowieso nicht lang. овые tyckerа.